Prozent und damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft Adventure Map mit dem Party natürlich wieder Prozent und wir sind jetzt hier bei der Map in der zweiten Aufnahme Session und sind hier glaubt bei Folge 20 muss man echt mal sagen, dass wir scheiße viel aufgenommen haben letztes Mal ähm, guck mal dein Inventar warum? mach einfach mal oh ey ach du scheiße, oh Gott, wie viel Rüstung ist da weg ach du Kacke okay, ich glaub ich höre ne okay, ja warum hab ich so wenig eigentlich, okay, los geht's warum denn, ist doch wunderbar los geht's OIO 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 die sind unssichtbar cooles haules Texturpack auch, wir sind immer noch bei der Adventure Maps Super Mario, natürlich okay, ich hab's leer was war da drin? nix okay wo müssen wir denn hin wie lang ist denn die letzte Aufnahme her? ok zwei Wochen lange nein, zwei Wochen ier kommt's wieder runter? Ich weiß nicht, warte, ich guck mal hier oben. Ja, müssen wir. Och nö, nicht schon wieder am Schöpfen. Ah, cool. Hä? Hä? Ah, okay. Sehr schön. Ah! Schlau! Sehr schlau. Nicht geschafft. Bullshit! Was machst du bloß? Och komm, jetzt bin ich drübersprungen. Oh, komm schon. Du sagst, wie das geht. Du willst einfach rennen. Und ich bin da. Ich bin schlau. Oh, Paddy. Ähm. Nix, nix. Lass mein Block in Ruhe. Oh, non, 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 non. Hahaha. Was sind die Blöcke dahinten? ich habe kein Optifine auf geht's hopp hopp mach Hobbit hopp mach Hobbit die Euro dann mach springen Patti tu die Erde aus der Hand was hast du jetzt in der Hand Tja ich hoffe was rechts ach komm in den Lappen Patti es ist Anfang der Folge da brauchst du jetzt nicht extra verkacken doch war letzte Folge äh hörst du mir auch schon so warum machst du kein Doppeljump weil darum genau deswegen mach mich halt aus ja mach ich ja auf geht's jetzt rennt er ja hat einen guten Abend oh Gott ach meine Rüstung ist noch ganz noch noch auch fick dich was ein jetzt äh Dingfläschchen ne ne ich hab so genau den Bruchstagen schon mal ne bei der letzten bei der letzten Aufnahme hat sie doch geholfen nein hat sie nicht doch doch zwangsweise ach komm stell dich doch nicht so blöd an ja da hin jetzt ja genau da bin ich vorhin aufgekackt jetzt dahin ja 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 auch ja ja hoppla was mich nicht raus JA ich wollte ich muss jetzt aber ein bisschen durchschlagen Häh was ist das jetzt hier oha wir Puck was ist das Wäh Wäh, da ist ne Ruhe drin dann rasch dich aus Nein Gut. Alter. War nix drin, ja. Auf geht's. Streng dich an. Was ist jetzt? Wo? Echt jetzt? Bullshit. Bist du so leicht mehr zu mir nicht ein, also ich hab schon 13. Wie viel 13? Äh, 4 mit der 1,5. Alter. Scheiß-Trick. No, leal. Ich hab' die Hinschrift geschafft. Jo, komm auf. Backpoint. Hab' ich schon geöffnet. Auf geht's. Ja. Sehr gut. Ich geh mit Ecken sprengen. Du bist so leicht. Geh. Nein, nein. Das hab ich's gemacht. Von vorne. Warte. Wollen wir nicht wieder da? Nein. Von vorne. Von vorne. Von vorne. Wollen wir uns zum Weg ran? Ich hab dir grad gar nichts gegeben. Jetzt komm auf. Auf geht's. Magna. Erhör auf. Erhör auf. Ich mach doch gar nichts. Ja doch. Ich hab dich nicht so verzweifelt. Sonnenfell. Warum gibst du dir... Hey woher denn? Bin an. Ja das gibst du dir selber. Wir sind am Rennen. Siehst du... No. Äh äh. Viel Spaß. Weg dich. Ich gehst du erst rein. Nee. Du gehst jetzt mal... Verpiss dich. Du bist im Game-Mode. Cheater. Ich weiß. Na was aus mit Game-Mode. Ja. Hahaha. Hier kommt die Jump-Usteher. Wo? Ja wo du nicht bist. Oh lol. Ich seh nix. Das ist nicht so. LoL. LoL. Und jetzt? So. Du bist so. Du bist so klar. Nochmal. Fuck! Was? Ah, das war ein Fußplatz aufgebrochen. Bullshit. Ja klar. Alter Alter Ja, ich kann auch schlägen, Alter Oh, stimmt, du erschreckt Alter, bist du dumm Ganz vergessen Was denn? Ach so Schon wieder verrückt Oh, du Bullshit Oh, ich verbrenne hier nicht, doch jetzt Als wäre mir gar nicht Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, ich hätte jetzt die Wolkendienst da auch noch nur auch noch mal gesprungen, wenn du mir das nicht sagst Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, ich hätte jetzt die Wolkendienst da auch noch mal gesprungen, wenn du mir das nicht sagst Tja Sag ich doch mal was, Alter Ja So, jetzt nochmal Jawohl Ja 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 Ja